Ein Schema ist eine Verallgemeinerung vergangener Erfahrungen, die ein festgelegtes Denkmuster bildet. Zum Beispiel haben wir alle einen bestimmten Ablauf im Kopf, wenn wir darüber nachdenken, in ein Restaurant zu gehen. Manche stellen sich vor, in der Schlange zu stehen, eine Bestellung aufzugeben, zu essen und dann den Müll zu entsorgen. Andere stellen sich vor, sich hinzusetzen, dann zu bestellen, alles zu teilen und beim Bezahlen ein großzügiges Trinkgeld zu geben. Wir können uns ein Schema wie ein mentales Gerüst in Form eines Kinderspielzeugs vorstellen. Dinge, die wir bereits vollständig verstehen, sagen wir ein Dreieck, gelangen ohne Probleme in unser Gehirn. Wenn neue Informationen dem ähnlich sind, was wir kennen, sagen wir ein Quadrat, können sie durch Assimilation ins Gehirn gelangen. Für völlig neue Informationen, hier ein Stern, funktioniert das nicht. Dann brauchen wir Akkommodation und ändern das Schema selbst. Assimilation ist der kognitive Prozess, bei dem neue Informationen in dein bestehendes Verständnis der Welt passen. Es funktioniert, wenn neue Informationen ähnlich zu unserem bisherigen Wissen sind. Um die neuen Informationen zu verarbeiten, bringen wir sie dazu, in unsere bestehenden Schema dazu passen. Wir müssen akkommodieren, wenn Dinge so einzigartig sind, dass sie nicht in unser bestehendes Schema passen. Das bedeutet, um etwas wirklich Neues zu verstehen, müssen wir zuerst unseren Gehirnraum umformen. Stell dir vor, du wurdest komplett farbenblind geboren. Nicht eine Million Bücher oder der beste Lehrer könnten dir jemals die Farbe Rot wirklich erklären. Du musst sie selbst erleben, um eine Vorstellung zu bekommen. Mit dem sogenannten Krieg-der-Geister-Experiment zeigte Frederick Bartlett, wie das Schema unbewusst unsere Wahrnehmung und Erinnerung verändert. Er tat dies, indem er seinen britischen Studenten eine seltsame indianische Volkserzählung vom Stamm der Chinook vorlas. Die Geschichte handelte von Geistern, der Jagd auf Robben, dem Krieg und vom Kanufahren. Später verfolgte er, an welche Informationen der Geschichte sich die Schüler erinnerten. Erst Tage, dann Wochen und schließlich Monate danach. Drei Dinge sind besonders aufgefallen. Mehrere Schüler erinnerten sich nicht an den Teil, in dem die Chinooks auf Robbenjagd gehen. Dies geschieht, weil die Robbenjagd nicht auf natürliche Weise in den kulturellen Kontext der reichen britischen Schüler passt. Mit anderen Worten, sie haben kein bestehendes Schema für diese Art von Information. Daher fällt es ihnen schwer, sie zu verstehen und können sie daher nicht in ihr Langzeitgedächtnis verschieben, um sie später wieder abzurufen. Und so vergessen sie es. Bartlett vermutete, wir empfinden psychologisch gesehen alles, was nicht in unser Schema passt, als unwichtig. Vertraut machen der ungewohnten Dinge Einige der Schüler, die sich anfangs an den Teil über das Jagen von Robben erinnerten, erinnerten später diese Aktivität als Fischengehen. Ein Kanu, das mit Waffen beladen war, wurde als Ruderboot in Erinnerung gerufen. Das passiert, weil wir, wenn uns die Worte fehlen, um neue einzigartige Erfahrungen zu beschreiben, Redewendungen oder Figuren der Sprache verwenden. Mit anderen Worten, wir kanalisieren ungewohnte Informationen durch den Rahmen eines vertrauten Schemas. Das tun wir jedes Mal, wenn wir uns an die einzigartige Erfahrung erinnern. Und so wird sie mit der Zeit immer vertrauter und weniger authentisch. Rationalisierung des Unlogischen Direkt nachdem die Geschichte erzählt wurde, dachten die meisten Schüler, dass die Geschichte seltsam sei. Ein paar Wochen später machte sie für einige dann aber plötzlich sehr viel Sinn. Die Schüler fügten Begriffe wie deshalb und weil hinzu und stellten in der Geschichte unbewusst Zusammenhänge her und machten sie logisch schlüssig. Immer wenn sie die Geschichte aus dem Gedächtnis abriefen, fügten sie einen Grund hinzu. Die Chinooks gingen mit ihren Kanus nicht auf Robbenjagd oder in den Krieg. Sie nahmen die Boote, weil sie fischen gehen wollten. Bartlett bemerkte, dass die Schüler mit jedem Mal abfragen die Geschichte ein wenig verändert hatten. Das bedeutet, dass das Langzeitgedächtnis weder fixiert noch unveränderlich ist. Es wird ständig angepasst, da sich die Schemata mit der Erfahrung weiterentwickeln. Dies unterstützt die bestehende Auffassung, dass Menschen die Vergangenheit in einem ständigen Anpassungsprozess konstruieren. Mit anderen Worten, vieles von dem, woran wir uns erinnern, wird in eine Selbsterzählung rationalisiert, die uns erlaubt, unser Leben als eine stimmige Kette von Ereignissen zu sehen. Jean Piaget, der den Begriff prägte, vertrat die Ansicht, dass wir unsere Erfahrungen in Schemata konstruieren, damit wir der Welt einen Sinn geben können. Was denkst du darüber? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren unten mit. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com. Slash Sprouts